Wer ist Impuls? Was tut Impuls? Und weshalb lohnt es sich, mit Impuls zusammenzuarbeiten? Das sind die zentralen Fragen, die sich jemand stellt, der sich mit Schulungs- und Trainingsmaßnahmen beschäftigt. Fangen wir mit der ersten Frage an. Wer ist Impuls? Wir sind eines der führenden Unternehmen im Bereich der Verhaltenstrainings. Was tun wir? Wir sind Verhaltenstrainer und beschäftigen uns mit allem, was auf der einen Seite mit Vertrieb zu tun hat und auf der anderen Seite mit Führung und überall mittendrin, wo Menschen arbeiten, wo es menschelt, sind wir zu Hause. Das heißt, es gibt klassische Trainings, es gibt Coaching, Kleingruppen und Einzelcoachings. Wir arbeiten gerne mit Potentialanalyse-Tools, um von vornherein gleich an den Stärken und Schwächen der einzelnen Teilnehmer arbeiten zu können. Was unterscheidet uns von anderen bzw. weshalb lohnt es sich, mit Impuls zusammenzuarbeiten? Da fragt man am besten unsere Kunden und von denen bekommen wir immer wieder bestätigt, dass wir sehr pragmatisch sind, dass wir professionell sind im Umgang, im Handeln mit den Inhalten, dass wir partnerschaftlich sind in der Zusammenarbeit mit den Kunden. Ja, und dass wir Leidenschaft ausstrahlen. Leidenschaft für das, was wir tun. Leidenschaft, um mit dem Kunden gemeinsam seine Ziele zu erreichen. Ja, und Leidenschaft einfach für unseren Beruf. Um Dinge in Bewegung zu bringen, ist es nötig, Impulse von außen zu geben. Darin sehen wir eine unserer Aufgaben. Wir sind Impulsgeber, wir stoßen an, um damit eine gewisse Dynamik bei den Teilnehmern, bei den Kunden zu erzeugen. Teilnehmer setzen Kräfte frei. Kräfte, von denen sie bisher teilweise noch nicht wussten, dass sie in ihnen stecken. Wichtig dabei ist uns aber, dass alles im Gleichgewicht bleibt. Das heißt, wir wollen niemanden verbiegen, sondern jeden dort stärker machen, wo er ohnehin schon stark ist und im Sog daran an seinen Schwächen arbeiten. Einfache Dinge komplex zu gestalten, ist nicht schwierig. Wir versuchen den anderen Weg zu gehen. Wir wollen Strukturen vereinfachen, wir wollen Strukturen reduzieren, also komplexe Zusammenhänge analysieren und mit möglichst einfachen, unterstützenden Maßnahmen zielgerichtet umsetzen. Unser Credo ist, mit Impuls immer besser werden. Unser Credo ist, mit Impuls immer besser werden. Untertitelung des ZDF, 2020